Frische Spoiler zu Kapitel 1133 sind da, leider geht es aber nächste Woche in die Pause. Nichtsdestotrotz können wir jetzt schön vernünftig drüber sprechen. Es kommt nämlich zu einem Ereignis, was wir sowieso schon sehr lange erwartet haben, und zwar, dass sich Sauru und Robin endlich mal wieder treffen. Es ist jetzt nicht das eine große Weltbewegung-Ereignis, was bestimmt irgendwann mal auf Elbern passieren wird, aber es war eben abzuwarten und es ist schön, es endlich mal zu sehen. Sauru ist auch by the way topfit, das mit dem Umfallen war jetzt nicht so, wie es eigentlich schien. Aber egal, jetzt nicht allzu viel vorneweg gegriffen. Jetzt geht es in die Analyse und wir schauen uns die Spoiler jetzt schön unter der Lupe an. Wie immer sind sie auch zum Mit- und auch Nachlesen ganz oben in der Beschreibung verlinkt. Und Freunde, vergesst auch nicht ein Abo und Like da zu lassen, damit ihr auch weiterhin One Piece-technisch auf den Laufenden bleibt. Und von mir gibt es ein Viel Spaß beim Botch. Als allererstes fängt es mit der Yamato-Cover-Story an. Die geht nämlich story-technisch weiter und so wie es scheint, zumindest auf dem aktuellen Stand, haben wir jetzt den großen Entführer und Dieb entlarvt. Hold'em ist nämlich wieder zurück im Geschehen und warum auch immer, hat er erneut Tama als Geisel genommen. Insgesamt fehlt uns auch ganz viel Kontext. Wir wissen nicht ganz genau, was er vorhat, was er die Gangzeit gemacht hat und ob er wirklich zu 100% hinter diesen ganzen Ereignissen steckt. Aber so wie es jetzt erstmal präsentiert wird, scheint er schon so zu sein. Man muss aber auch anmerken, abgesehen von ihm gibt es jetzt ganz theoretisch auch war nur noch ganz viele andere Beast-Pirates, die wir nicht gesehen haben und wir deren Schicksal nicht kennen. Auch die Flying Six und auch Jack gehören mit dazu, denn das sind so mäßig die Stärksten, die wir so überhaupt kennengelernt haben und von denen wir immer noch das Schicksal nicht wissen. Also ja, entweder ist es doch Hold'em oder es geht in eine andere Richtung. Theoretisch stehen uns die Möglichkeiten offen. Soviel aber auch nur dazu. Das richtige Kapitel 1133 heißt Lobe mich und es dreht sich hauptsächlich um Robin und Zauro. Es soll mit einem kleinen Flashback anfangen und zwar von Spendain, Spendams Vater, wie er die ganze Sache wahrgenommen hat, rund um Robin. Er hat anscheinend jetzt nicht unbedingt was Bahnberechenes getan, man soll aber aus seinen Augen so mäßig das Geschehen sehen, was ihr sowieso kennengelernt habt, mit ein paar neuen Abschnitten. Unter anderem soll man sogar sehen, wie Robin versucht hat, ihr Leben zu beenden, aber glücklicherweise hat sie sich dagegen entschieden. Und das ist schon echt krass, gerade wenn man in dieser emotionalen One Piece-Schiene so ein wenig drin ist, würde das schon extrem hitten, weil wir Robin bis jetzt eigentlich noch nicht so kennengelernt haben. Sie war immer extrem stark, hat immer alles auf sich genommen, aber sie hat auch andere Seiten, die wir noch nicht kennengelernt haben. Ihr persönliches schlimmstes Tief, der tiefste Punkt, an dem sie jemals im Leben war, wurde vor uns verborgen gehalten. Ich kann mir vorstellen, dass das Oda schon damals in die Sauri mitimplementieren wollte, sich aber trotzdem dagegen entschieden hat, weil er schon echt grenzwertig ist. Aber mittlerweile befindet er sich in so einer Position, wo er eigentlich alles durchbekommt, was er sich so in den Kopf setzt. Also ja, schön zu wissen, wie es eigentlich abgelaufen ist, und ich bin auch gespannt, welche Details denn noch ausgelassen wurden. Aber zurück in der Gegenwart angekommen. Die Strohhüte bereiten sich vor, zu Sauri aufzubrechen, auch wenn das so letztes Kapitel gar nicht thematisiert wurde. Und sie benutzen zumindest, so wie es ja steht, ein Nebelschiff, was durch Wolken angetrieben wird. Das beruht auf Vegapunkstechnologie, die auf Elbern wunderbar wegen der guten Atmosphäre funktioniert. Nach der Nachricht von Louis Arnault hat das aber trotzdem so einen kleinen komischen Nachgeschmack, zumindest diese Aussage mit der Atmosphäre. Jedenfalls kommen die Strohhüte bei Sauri auch ziemlich zügig an, und so wie es aussieht, ist er sogar ein Professor, ein Geschichtsprofessor auf Elbern geworden. Und das passt sogar ziemlich gut zu ihm, denn auf seine eigene Art und Weise führt er so den Geist von Ohara einfach weiter. Er hat seine große Bibliothek, die er sich aufgebaut hat mit den ganzen Büchern und dem restlichen Wissen, was Ohara dagelassen hat. Es macht also schon wirklich unglaublich viel Sinn, dass er sich auch mal mit dem Inhalt befasst und das Ganze auch ziemlich gut weiterführt. Wir kommen aber auch endlich dahinter, warum Sauri denn überhaupt vor ein paar Kapiteln umgekippt ist. Im Grunde genommen ist das so ein kleiner Streich von ihm, denn er wollte vor Robin einfach diesen kleinen Callback machen zu ihrem ersten Treffen. Denn Robin, als sie noch ein kleines Mädchen auf Ohara war, hat ihn genau so vorgefunden, als er auf dem Boden lag. Wir wissen jetzt aber auch, wie Sauri das Ganze denn auch überhaupt überlebt hat. Unser letzter Stand war ja auf Ohara, dass er eingefroren wurde von Kusan. Aber wie ist er denn aufgetaut? Naja, diese ganzen großen Flammen, die die ganze Insel mit zerstört haben, haben auch gleichzeitig dafür gesorgt, dass sein Eis aufgetaut ist und er sich so frei bewegen kann. Also ja, schon offensichtlich, dass Kusan das irgendwie geplant hat. Ich meine, er hat gesehen, dass die ganze Insel in Flammen aufgegangen ist und da kann er schon irgendwie eins und eins zusammenzählen. Das war aber trotzdem nicht so ganz ohne. Wir haben es ja auch schon grundlegend gesehen. Vegapunk hatte Sauri damals auf Elbern besucht und er war da voller Bandagen. Und warum? Das lag nicht wirklich am Eis, sondern an den großen Flammen, die ihn eben aufgetaut haben. Selbstverständlich hat ihn auch das Feuer verletzt und er musste auch Brandnarben erleiden. Und jetzt kann man sich wieder so ein wenig streiten. Ist Sauri vielleicht doch der Mann mit der Brandnarbe oder nicht? Also, grundlegend so vom Bauchgefühl muss man an sich Nein sagen. Zumindest muss ich Nein sagen. Denn der Mann mit der Brandnarbe ist seit immer auf einem schwarzen Schiff unterwegs. Sauri hat augenscheinlich seit mehreren Jahren, seit mehreren Jahrzehnten vielleicht auch schon, Elbern nicht verlassen. Von wo soll das Rope ungefähr kommen? Wie soll er Strudel erzeugen? Und ganz viele komische andere Sachen, die irgendwie nicht so wirklich erklärt werden. Auf der anderen Seite würde es aber auch erklären, warum er nur als Mann mit der Brandnarbe bekannt ist. Weil, naja, er ist halt kein großer Stern am Himmel. Man kennt ihn unter keinen anderen Namen. Er ist nur Sauru. Es ist kein Skopaka-Bahn, der drittstärkste Roger-Piraten. Es ist auch nicht Shiki, der goldene Löwe, einer der größten Piraten, die überhaupt jemals gelebt haben. Und er ist auch nicht Ochoku, der ehemalige Herrscher der Pirateninsel und ein ehemaliges Rocks-Mitglied. Es hat schon sehr stark bitteren Nachgeschmack. Letztendlich muss man aber auch zugeben, es gibt viele Charakter mit Brandnarben. Und dass vielleicht irgendwann mal zukünftig ein neuer dazu stößt, der ebenfalls eine Brandnarbe aufweist, ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Jedenfalls um den ganzen Kreis storytechnisch jetzt zu schließen, Robin hat natürlich durchschaut, dass er nur so tut, als ob er irgendwie ohnmächtig geworden ist. Deswegen, sie freut sich direkt und es gibt einfach diese schöne Reunion, auf die wir auch schon lange gewartet haben. Damit erklärt sich auch der Titel, Lobe mich, denn das will Robin auch von Sauru. Sie will gelobt werden, dass sie so lange überlebt hat. Hört sich vielleicht ein wenig merkwürdig an, aber wenn man eben in der Materie drinnen steckt, dann versteht man auch direkt, das ist das Verhältnis wie das einer Tochter zu ihrem Vater. Nur mit dem ganz kleinen Unterschied, dass die Tochter ihren Vater jahrzehntelang nicht gesehen hat. Es ist also wirklich nicht nur eine Reunion, sondern ein Sprung in die Zeit zurück. Die ganzen Schrute freuen sich auch unglaublich sehr für die beiden, sind sogar zu Tränen gerührt. Aber Zorro und Jinbei werden da so ein wenig außen vor gelassen. Vielleicht ist sich auch Oda unschlüssig, wie er die zeichnen würde. Und ja, damit sind wir auch schon mit dem Kapitel durch. Wie gesagt, in der Welt natürlich nichts allzu bahnbrechendes, aber ein schönes Ereignis, was unbedingt passieren hätte müssen. Wir haben auch so einen kleinen Ablaufplan, wie es mit One Piece weitergeht. Nächste Woche ist nämlich eine kleine Pause. Danach kommt wieder ein Kapitel und danach kommt keine Oda-Pause, sondern eine Magazin-Pause, was eigentlich egal ist, weil es auf das Gleiche hinausläuft. Es kann aber trotzdem der Fall sein, dass wir das eine Kapitel etwas vorverschoben bekommen. Weil fast jedes Jahr ist es der Fall, dass wenn das Magazin eine Pause macht, dass die Liga trotzdem eine Woche früher an das Kapitel kommen und es eben geleakt wird. Aber ja, abgesehen davon ist das nächste Kapitel, was nach der Pause erscheint, dann das letzte Offizielle des Jahres, was Oda für uns bereithält. Wir können also davon ausgehen, dass übernächste Woche vielleicht doch das eine oder andere bahnbrechende passiert. Vielleicht so mäßig diese Überleitung, dieser Twist, warum A-Bahn denn überhaupt so wichtig oder bedrohlich ist. Aber ja, das war's aber auch schon von mir, Freunde. Jetzt seid ihr an der Reihe, was haltet ihr denn so überhaupt von diesem Geschehen? Wie wird es euch nach nächstes Mal weitergehen und was können wir nächstes Jahr denn so generell zu One Piece noch erwarten? Eure Kommentare dazu lese ich mir selbstverständlich wie immer sehr gerne durch. Das war's aber auch schon vom Video. Wenn es One Piece Content gefällt, vergesse ich ein Abo da zu lassen. Auch über euer Like freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal, wünsche euch eine sehr schöne Zeit. Ciao!